Ich war noch nicht mal draußen, ich hab nicht mal den Eingang gefunden. Ich hänge ja in der Grabkammer rum. Ach, da bist du. Boah, du Penner. Was geht? Und willkommen zu der Runde. Okay, Hadi. Heute Nachmacher. Ja, ich weiß. Was war das jetzt? War das Bonobo? Ja, das war Bonobo. Krass. Die rasten voll aus, die hauen rein, ja. So, können wir? Warum geht hier die Tür zu, verdammt? Ey, habt ihr jetzt gesehen, dass die Fackeln eine hauen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTTTTTTT mit den ganzen Bekloppten hier. Hallo, ich bin bekloppt. Ey, wenigstens bin ich nicht zu den Bekloppten. Ich will da rein. Du bist ja eine Dame, weiß, da muss ich dich ja... Das ist ja ein Geist. Das ist ja cool. Das ist von Natur aus schon doof. Was denn? Gut, ey, gesagt. Alter, was soll blitzig? Man sieht hier gar nichts. Ich will hier raus. Ich hab nur das... Ey, tun dann die Ritterrüstung auch angreifen, ich hab Angst, da hinzugehen. Also der Geist tut weh, den solltet ihr nicht anfassen. Scheißfackel. Die Fackeln an der Wand, die tun auch weh. Ja, die können sich auch bewegen, ne? Ja, man, die greifen halt an. Also die Ritter tun einem nicht weh. Ich schlag die und drück ihn, da passiert nichts. Und da liegt eine Leiche. Um Eingang. Oh, oh. Gibt's hier keine Waffen, auf der so schreiten hat? Kintz ist tot. Was ist... Das ist nichts Neues, der kann halt nichts. Und ich hab irgendwie keine Waffen. Nee, ich hab nur ne USP. Ah, ne, unendlich MP7 hab ich. Na, besser als nichts, ne? Ja, man. Warum hab ich nicht mehr Waffen ausgewählt? Die macht mir Angst. Die Mera ist voll cool. Ah, das wohl Kind-Züpfel? Die Mera ist voll cool. Die Mera ist voll cool. Hallo, einer. Beschützt mich. Ich hab doch, ich hab doch, bist du ja. Ich hab Angst alleine. Alter, das ist so ein Ultra-Kromosel-Map, ey. Wie lober gehen wir hin? Weiß es nicht, Herr Max. Du weißt schon, dass irgendeiner Traitor ist, weil der Kind so viel entliegt. Ja, aber ich hab mir hier keine Waffe, also von daher. Mann, das ist ja ganz schön. Wenn er ne Waffe hat und dich nicht killt, dann ist er für den Knochen-Mas. Oh, das ist der Geist. Das heißt, ihr beide seid als Traitor. Was? Was? Der Geist, der Hans ist selber verfolgen. Mann, einer von euch hat doch ne Waffe, oder? Was? Was passiert? Hallo, hallo? Ich bin verwirrt. Ich hab argesinnert. Hey, Leute, wer von euch hat ne Waffe? Äh, ich. Und der nimmt die Hand, keine. Ja, und die Selle hat auch. Dann knallt die Amt der Stäter und Selle hat auch Stäter. Okay. Au, aua. Hab ich recht? Ähm, es weg. Ich seh' grad nicht mehr. Dann hat er es so'n komisches Ding benutzt, oder nicht? Ja, das kann sein. Ja, da ist er und er, Traitor. Ich bin nicht, Traitor. Doch, wirst du? Ich bin von Anfang an schon. Ich bin so ziemlich in der Klinik. Naja, wer sind Traitor? Ich bin in der Klinik. Ja, die Theorie, dass er, Traitor war, hat sich bestätigt. Also? Oh Mann, ey. Selle, ich find's nicht gut, dass du schon wieder Traitor bist. Ich frag mich aber... Äh... Alter, wo bist du überhaupt? Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich lauf hier im Konzentenkreis. Ich hab jetzt endlich mal ne Waffe gefunden. Am Arsch der Welt. Oh, da ist schon wieder dieser Geist. Also, was Maps finden... Äh, was Geist... Ach, Waffen finden betrifft, ist die Map nicht so geil. Ich bin froh, dass ich endlich einen hab. So. Frag ich nur, äh... Wer war jetzt der Traitor von euch beiden? Hast du doch selber gesagt. Sing doch weiter. Uff. Äh, da, 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 da. Da, 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 da. Wo bin ich hier, Alter? Wir hätten von Aufhören geredet. So. Kennst du dich ja nicht tot oder so? Ich mag Weihnachtslieder. Oh, ich bin tot. Ja. Ich mag Weihnachtslieder. Oh, warte. Alter, diese Map ist schon heftig. Wo bin ich hier, bitte? Das ist die Frage. Ich brauche auch kein Traitor mehr kennen. Ich bin sowieso schon fast tot. Ich renne so oft in die Fackeln rein. Alter, wo bist du? Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe ein bisschen Angst vor Sitter. Ja, die ist auch Traitor. Ich, ich finde euch nicht, weil ich habe mich gerade da und ihr seid irgendwo. Und? Ja, zugegeben, meine Theorie hat sich bestätigt. Sitter und Dingsbruch sind Twitter. Aber Flo war auch schon, Flo war auch schon lange weg. Ja, aber da ist ja ein Falltöter, der sich nur unsichtbar gemacht. Da gibt es ja diese komische Dinge. Wenn ihr eh alles drin habt. Weiß ja nicht, ob das ein bisschen überpowert ist, was ihr hier alles drin habt. Was ist das für eine komische Tastatur? Geht's ja früh, du bist immer noch tot. Ja, ich weiß. Ah, ich komme nicht mehr rein. Das ist doch schlimm. Dieses Haus hat einen großen Eingang. Ich war noch nicht mal draußen. Ich habe nicht mal den Eingang gefunden. Ich hänge ja in einer Grabkammer rum. Ah, da bist du. Boah, du Penner. Ich sehe gar nichts mehr, ey. Mein Gott, ey. Überlebt er's? Ja, überlebt's. Okay, hier. Oh, ganz so, by the way, then. Jetzt, snap, jetzt. Okay. Genau in dem Moment steigt der Blitz ein. Vor allem ich und Zetter waren die ganze Zeit traite. Ich habe den Flo getötet und habe gesagt, der ist auf einmal weg. Und du so, oh ja, der hat sich unsichtbar gemacht. Okay, gut, weiß ich ja nicht. Alter, wie groß ging. Ich weiß nicht, ob ich mir hier rauskomme. Naja, ich musste direkt da mal anfangen. Und ich musste die ganze Zeit die Fresse halten, ey. Ja, und vor allem, Zetter schreibt mir so, oh, Kinze, fill us down. Ich so, okay. Und man hört halt immer nur voll, wenn die schreibt, so bam, 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 bam. Ja, meine Tastatur hast du mit. Das Dungle ist, da wo du, äh, da wo du warst, da gibt's einen Geheimgang, hey, wo ich bin, nicht die Waffe. Aber ich hab vergessen, wo man da hinkommt. Ja, das hast du geschrieben. Ja, ich, ich weiß, äh, ich, äh, ich, äh, also, oh. Oh, ich weiß nicht, äh, das ist das Spielspiel. Weil jetzt muss ich wieder eine Waffe suchen. Das ist das Spiel, meinst du ja, willst. Ich schieße einfach mal, wenn du ihn. Nein, lass mal, oder? Ach, ich hab Angst, beide Leute. Ähm, ja, okay, lass mal. Okay, ist er beide Traitor. Wieso hast du ihn gerade gefehlt? Warte, warte, ich will dir ein Geheimgang zeigen, tust nicht. Töte ihn doch, töte ihn, Zetter. Ich treffe ihn auch nicht mehr, meine Waffe. Ja, du musst ihn töten, wenn er Kindshilfe getötet hat. Dann ist es nämlich er und Flo. Oh Gott, ey, ich bin doch... Äh, ich hab gar nichts gemacht. Ja, aber Kindshilfe ist tot. Kindshilfe ist tot. Ja und, weiter? Ich hab gerne eine Mission mehr. Äh, und, ja, Zetter ist jetzt auch tot. Also seid ihr noch hier beide. Nee, glaub ich nicht. Ich glaub, Sela lebt noch. Ich glaub, Sela ist auch Traitor. Oh Gott, ich hab keine Waffe. Also die Map ist echt ensnend. Eigentlich braucht man das gar nicht hochladen, oder? Doch, draußen, draußen liegen genug Waffen rum. Echt? Ja, sie sind draußen. Ich bin voll ausgerüstet, das hat zwar die geile... ...Rotfilme, mit der ich küsse für dich gerutscht hab. Also, beim... Also, ich draußen gespawnt bin, langen da zwei, drei Waffen rum. Okay, aber im Haus auf jeden Fall nicht. Ja, das ist auch im Haus. Ich will dich jetzt irgendwie umbringen. Nee, willst du gar nicht? Ich werde einfach mal ein bisschen rumschreien. Dann? Okay. Oh ja, ich hab ne Waffe. Ja, ja, geil. Und wenn einer von euch noch da hat, bin ich gefickt. Oh ja, und ich hab ne huge... Oh mein Gott, da hätt ich immer gar keine Waffe. Okay. Okay, bitches. Auf, kommt her, entholt mich. Okay. Meint ihr, meint ihr, ich hab Angst? Weiß ich nicht. Ja, okay, ihr wisst denn. Find ich witzig. Alter, der hat das Schottgang. Oh, diese blöde OP. Oh, endlich. Oh, ich bin schon wieder ganz am Anfang gestorben, ey. Ich bin voll der Waffe in dieser Folge, ey. Oh, war das witzig. Hast du die geile Waffe gesehen, die ich hatte? Ich hatte Waffe spielen, das schon wieder. Sechs Punkte. Ich hatte von Anfang an sollen, ne Fischlammers. Lammers? Farmers. Farmers, ja. Farmers. Also draußen legen wirklich ein paar Waffen rum. Ey, bei dieser Map muss die aber auch passen, weil es gibt diese Pro und vielleicht, ich weiß nicht, diese Liste auf meiner Seite. Ja, die Hände, die einen angreifen. Ja, die Hände greifen nicht an. Ja, das habe ich gesehen. Das war, glaube ich, der erste Satz, den ich gesagt habe. Ich hatte nicht zugehört. Ey, warte. Ich habe... Hier gibt es einen Geheimgang irgendwo. Ja, dann lass uns das Spiel spielen. Ich bin hängengeblieben. Möchtest du nicht spielen? Oh, irgendjemand siehst du es ein. Nein, mein Spiel ist hängengeblieben. Ja, ja, ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Ah, mein Spiel ist abgestürzt. Echt? Satter's later. Satter's timed out. Okay. Der hat das Spiel geheckt. Ich habe das Spiel geheckt. Toll, das heißt, es gibt ja noch keinerlei Waffen mehr. Ein Twitter, ich bin's nicht. Wer ist von euch? Der tritt halt wieder bei. Ich bin's auch nicht. Ja, ich hab Angst. Okay, dann tritt er nicht bei. Tschüss, ey da. Bye. Ciao, ciao. Frau, junge Frau. Oh, das hat schon einmal. Boah, das ragt sich voll. Ja, wissen die wenigsten, aber ich mache auf dem nächsten Album. Mit Lightning. Du bist eigentlich Spongebobst, ne? Nee, mit Lightning mache ich ein neues Album. Oh Gott, das wird nicht so erfolgreich. Du pusht ihn ja nur. Ja, ist ja egal. Oh mein Gott, der hat Lightning gehatet. Geht auch nach so einem Kanal und hatet ihn. Meine Böse. Wir von euch eigentlich. Ich habe gerade Böse gar nicht hier an den Album. Okay, okay. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Warte, 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 warte. Wie gesagt, draußen sind wir. Hier. So, gib ihm eine Waffe. So, jetzt hast du eine Waffe. Ja, toll. Oh mein Gott, man kann jedes Fenster hier kaputt machen. Ich glaube, jetzt habe ich ja wegen Munition. Ah, ich habe jetzt noch nicht Distanz von. Alter. Oh, du hast ja der Drecksgeist. Hier fliegt ein Geister rum. Ich habe mir wehgetan. So, wenn ich hier runterspringe, sterbe ich. Ja, dann führst du es doch. Das muss ich nur noch finden. Lillen. Ja, dich. Warum? Ja, weil du Innozente bist. Halt dich nur richtig. Hm, 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 hm. Sorry, kommen wir da jetzt runter. Das ist kein Reden, das ist Singen. Summen. Stimmt, das ist nicht mal Singen. Das ist nur Summen. Summen, ich bin so ein Bier. Bumms, 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 Bumms. Ah, Wettgeist. Ich kenne mich nicht so. Was ist das, wenn es so? Hm, 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 hm. Ich, ah. Ah, doch, ich fahre nur noch Tick. Lill, wenn ihr tot seid, geht mal unter das Haus. Da gibt es irgendwie noch eine Passage. Da kannst du überhaupt nicht. Hm? Hi, Leute, jetzt spielen wir Call of Duty. Wait, what? Das ist nur Call of Duty. Siehst du? Fuck this shit. So unterm Haus. Doch so eine E-Mail. Hm. Was steht denn da? Made by... Haunted Manor. Ach, das ist... Da hat er sich selbst geehrt. Der Mapmaker. Ach, da ganz unten, oder was? Ja. DreamFrag.com. Schön, dass wir uns so schön unterhalten. Ja, ich bin gar nicht richtig tot. Wie, du bist ganz... Ach so, du bist ja ganz schön Spielton. Ich bin nur halbtot. Aber geil ist auch der Wolfskopf hier. Sieht nice aus. Der hat auch ziemlich viel Arbeit mit der Map, mit den ganzen Scripts. Naja. Stimmt. Naja, können wir jetzt mal wieder auf den Scripts reden. Entschuldige. Das ist halt neugierig, das ist eine wunderschöne Kanalisation. Genau. Unsere stinkige, aber wunderschöne Kanalisation. Noll. Kanalisationsgruft. Dieser Geist ist auch sehr witzig, wie er auf einer Seite aussieht. Aber diese Schreie sind ja schon ein bisschen... nervig. Guck mal. Ja gut, habe ich keine Munition mehr? Da, 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 da. Dumme Geist, der hat mir schon hart gemacht. Man, du kriegst auch gar nichts mit, oder was? Ja, das war richtig schade, ne? Oder war die Frage gar nicht? Sehr weibachs, Mann. Das war noch rein rhetorisch. Ich rede mit niemandem von euch, geht weg. Na Hause. Hä? Außer Stella, weil sie ne Frau ist. Ich bleib jetzt in der Hand hoch. Ich muss hilflich sein, weil es krieg ich Schläge. Und zu Kinzi, weil ich nicht, wenn ich das ausnehmen muss. Nein, ich hab nicht gehört. Und zu Kinzi, der ist auch ne Frau. Kinzi ist auch ne Frau. Nein, das bin ich doch nicht. Oh, ne. Die Waffen will ich nicht. Ich bin ein Mann gefangen in dem Körper einer Frau. Kinzi beinhnt sich nur wie ne Frau. Mein Name ist Baltine. Baltine. Du bist doch die Domina. Also die McTen möchte ich nicht, falls sie jemand haben möchte. Mein Name ist Domina. Was, gibt's hier irgendwo Waffen hier draußen? Mein Name ist Brokama. Ja, ich hab einen McTen und ne Schrott. Doch, ich hab gar nichts. Ich hab nur McTens. Oh nein, da ist der Geist wieder. Jetzt hast du nicht mehr so viel Angst, Tim. Nee, aber damit tut mir immer weh. Böse Geist. Ja, der macht Aua. Jetzt hab ich was. Ah, da ist jemand. Hallo. Hallo, jemand. Hi, Sparks. Hallo, Traitor. Was? Scheiße, hast du mal eine Waffe gesehen, Alter? Ja, ich hab keine Waffe gesehen. Also, Kinzi ist schon mal weiter. Ich bin sie immer Traitor. Da würde ich nicht hingehen, da ist nämlich gar nichts. Also, ich leg mich aber nicht mit dem Anwalt, ich nur ne Jutsch ab. Hey, der ist doch ja auch so rum. Echt? Wo ist er, wo er ist? Der ist draußen. Dann würde ich auch sehen, Alter, ich freue mich dir. Da regnet es ja da. Wo bist du? Bleib stehen. Lauf einfach weiter gerade aus, ich warte. Oh, fuck. Ah, da, hallo. Nein, ich bin Inno-Sent. Hallo, er lügt doch nicht. Du bist Inno-Traitor. Cooles Ding. Ich bin Inno-Traitor. Oder Inno-Traitor. Inno-Traitor. Ich weiß nicht, bist du gerade geteilt? Oder bist du in Traitor-Shot? Verkreuter, bist du da? Ja, ich bin da. Oh, ich hab einen Leck. Ich kann ja nicht fangen. Jetzt, oh, ah. Ich kann ja nicht fangen. Aber ich hab nämlich so neulich. Äh, okay, er war Inno-Sent. Oh, Seda, das heißt, die anderen beiden sind's, ne? Wenn du Inno-Sent bist. Okay. So, ich find's auf jeden Fall nicht. Ah, da ist der Geist. Hau ab, Seda. Oh, mein Gott, mein Gott. So. Moment mal. Wie, du bist auf jeden Fall nicht, aber Park Ultra ist tot? Ja, aber ich bin doch auch extra vor Dings weggelaufen, weil er ein RK hatte. Kinzi. Also, es ist Kinzipfel. Ja, Kinzipfel ist es auf jeden Fall. Das ist schon die ganze Zeit so. Ich hab doch gar nichts gesagt. Aber du musst es sein. Ich find's nicht. Ja, es ist Seda und Kinzipfel oder du. Ja, aber ich find's ja dann. Ja, dann ist es Seda. Ja, ich find's aber auch nicht. Ja, dann ist es. Irgendeiner lügt gerade wie gedruckt. Seda, schweiz. Darf ich dir wenigstens noch den Raum zeigen? Ja, okay, mach das. Oh, hast du das gemacht? Pssst. Äh, der Raum, da kannst du einfach drangehen, der öffnet sich von selbst. Pssst, das weiß keiner aus Hornsbein. Ja, okay. Aber hier unten war ich schon ein paar Mal. Ähm, was soll? Seda, irgendwie hab ich Angst, dass du mich umbremst. Weil du hast eine Schottgang, ich hab nur eine scheiß Rifle. Aber ich hab jetzt kein andere Wahl. Wenn ich wegrenne, hörst du mich auch. Oder Flo ist es halt. Ähm, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Äh, irgendwo hier gab's noch so ein Geheimraum. War das Ziel drin? Wo ist hier drin? Äh, Seda, drück mal Tab. Wo ist hier drin? Okay. Da steht dann bei dir Missing in Action? Oh, ne. Okay. Wo seid ihr, meine Freunde? Okay. Amt hör mir. Ah, hier guck mal raus. Nein, aber irgendwo da unten ist noch ein Geheimraum, das weiß ich. Das ist, das ist, das ist, Warto, das bin ich jetzt, hier irgendwo weiß ich, dass sie mir immer mehr ist. Flo, ich glaube ständig. Weil, ich weiß nicht, sonst hätte es sehr dummisch will, obwohl ich will mir die Geheimraum zeigen, mich dann einfach töten. Wo ist hier drin? Wo ist hier drin? Wo ist hier drin? Ich stehe gerade auf jedermann's E. Oder Flo, Flo, lebst du noch? Sieht nicht so aus. Dein letzter Freund ist weg. Ich komm dich holen. Ah, ich komm dich holen! Loll! Was? Wow, ein Scheißgeist von meiner Fresse erschienen. Ah! Tut mir leid, Flo. Ich hab dir gezweifelt, Halbusserder. Ich hasse dich. Aber ich hab sie voll niedergemacht mit der Rifle. Hast du sie erwischt? Nein, ich hab sie getötet. Ich hab sie getötet, sonst wär die Runde doch gefallen. Ich hab sie mega weg. Ach, scheiße. Mann, ich hab sie mit der Rifle getötet. Das war echt bremisch, komm. Komm, geht zu wild, ich krieg ich jetzt auch noch. Ich hab leider keine Radar. Ja, ich weiß gar nicht, wenn man runterkommt. Das ist das. Woah! Woah, woah! Okay. Oh meinst du wie tot? Und was war das so? Mann, als er das Wagen jetzt einfach nochmal schießen soll direkt. Warum bist du abgehauen? Vielleicht in Panik geraten in solchen Situationen. Er hat sich mit einem neuen Betrug von Leben verloren. Nee, ich hab ihn nicht gesehen. Deswegen dachte ich, ich hab dir noch einen Schuss, ich bin tot. Deswegen bin ich ein bisschen zur Seite gegangen. Dann hab ich den Headshot gegeben. Nee, ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Er war schon nah alt. Das ist wirklich ein normaler Raum. Kannst du irgendwie... Flo tut mir leid, ich hab dir echt nicht geglaubt, weil er da war die ganze Zeit sehr nett. Das ist die immer. Die ist immer so hinterherrückt, sogar bis tot. Das weißt du doch. Die ist wie... Die ist wie dieser Smiley. Die ist einfach wie dieser Smiley. Das ist einfach so der Bitch-Move-Smiley. Also Leute, sorry, das ist so leckt, aber ich kann nichts dafür. Oh, bei dir leckt's? Richtig übel, ich glaub, ich weiß nicht, was die voll hoch waren. Guck mal, Achtung, ich gebe jetzt einen High-Five. High-Five! Okay. Die Runde hat schon eingefangen. Äh, ich hab noch 10 Schaden. Ich bin auch in dieses Ding rein. Oh Gott. Oh, ich wollte gar nicht schießen. Ich wollte meine Waffe wechseln. Vor mir ist ein Geist mit einem Schwert. Hm, 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 hm. Das sind... Boah. Ey, es gibt hier echt kaum Waffen, ne? Warst du schon draußen? Nee. Ich bin in der Bar. In der Bar? Wir haben noch einen Cocktail, bitte. Nee, ist aus. Haben die Geister gefrissen. Boah, die Lache ist schon ein bisschen irry. Ja. Wer folgt vom Horrorschwerfer? So, dass ist hier nicht zugänglich. Ich hab Angst. Boah. Angst hab ich Angst. hier komme ich raus sehr schön in der allein ich habe jetzt ist wahrscheinlich gar nichts nicht nur das schon einmal eine Waffe haben nicht mehr wir tun uns eine Waffe geben Prozent Barriere ja ich brauche ich wollte doch nur ach so das war alles so großartig ich will noch nicht ich will Ich will doch nur spielen. Kennste auch hier, wie heißt das nochmal? Ähm, sehe ich Eve. Lala. Lala. Oh, wer ist weg? Ich bin doch da. Na, Eve. Einfach Eve. Oh, hier war ich schon nicht. Hier wurde irgendjemand von den Fakten geschlagen, er ist Blut auf dem Boden. Ähm, Bonobo und ich wohnen. Paco hat ein Disconnect, wa? Naja, zumindest im Test. Oh, bist du noch da? Ja, ich glaube, der ist auch so weg. Er steht hier nur so rum, im Keller. Soll ich ihn? Soll ich einfach mal? Soll ich mal? Wer ist denn gerade am Aussetzen? Oh, ja, Paco war ein Traitor. Okay, warte. Das heißt, Flo ist der letzte Traitor. Geht's jetzt schon mal proben? Flo ist der letzte Traitor. Ja, oder du? Nee, ich bin's nicht. Sonst würde ich doch nicht direkt sein, dass Flo es ist. Oder Bonobo. Ja, aber gerade deswegen. Das kann man auch so sehen. Nee, Bonobo ist es nicht. Bonobo ist tot. Warum ist Bonobo tot? Okay, dann gucken wir mal, wo der Flo rum hängt. Hast du getötet? Ja, ja, ja. Ah, ich bin geflogen übrigens, ja. Dann bin ich gegötet. Ich hab dann gleich geflogen. Leute? Was denn? Ja? Ich bin grad geflogen, ja. Ja, ich hab dich gekillt. Was? Ja, tu me leid. Ich dachte nicht, du kommst noch wieder in der Runde. Jetzt bist du, du bist halt Traitor. Jetzt bist du der tote Traitor. Der tote Traitor. Kennst du hier was du noch nicht lang? Okay, es ist bald. Ich sag doch, was ist der? Ich find die ja noch nicht. Oh, das ist recht. Oh, das ist recht. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab, aber ich bin tot. Würde ich auch sagen, ich tue. Jetzt muss ich hier nur noch dringen. Ja, da trinkt er wieder Leute. Tut mir leid, dass wir gerade geflogen sind. Vieles dafür. Glaubst du, da ist Traitor. Traitor. Das hat mir lohnt sich gar nicht. Ich weiß nicht genau, dass es Flo ist von daher. Ich muss ihn noch drücken, ich weiß ja nicht. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Ich red' man hier eigentlich. Wenn du tot bist mit U. Das ist dein Team Shad. U ist Team Shad und Y ist allgemein. Du hast mich gerade drüber erschützt. Du hast mich gerade drüber erschützt. ich wollte mir auch wohl dass das heute vor ich hab gehofft du gibst mir die und dann dachte ich mir nö ich weiß nicht wie du gekämpft dann hab ich gekämpft nein das war voll gemein ey ich hab dir gar nichts getan ich hab nur gehofft du gibst mir vielleicht deine Winchester weil ich lieber mochte als die keine Ahnung die ich hatte meine Winchester das erinnert mich wieder an Supernatural wird und hier ist die Kindheit in der Nähe von ich will aber die Händel ist es irgendwo hier gab es doch noch eine Shotgun das gibt noch einen hier am Ende dieses komischen Tunnels ist eine graue Wand am Ende des Ganzen und dann ist man in der Klischee Alter Alter komm auf halt hier sitzen zu was schlugt hier so kein Zippel ist ruhig Ich hab keine Shotgun bekommen Can nur ein kann ich er wenigstens nachladen aaaa so einigermaßen Wählコwhat warte 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 blek da stehen blek da stehen ứng bleb sister ich weiß wieso ich steh dich auf den Tisch den Tisch den Tisch ja genau Ich hab Geld gemacht. Ich seh dich. Ja, wie siehst du mich? Wo bist du? Ich seh dich. Mal ne Frage, kann ich dich... Verlierst du mein Schwer? Nein, kannst du nicht? Nein, ich krieg keinen Schwer. Kannst du mein Lichtschwert sehen? Geht das durch die Wand? Nein, ich kann auch dein Lichtschwert nicht sehen. Geht's nicht durch die Wand? Machst mir Angst. Bist du draußen? Ich bin nicht durch die Wand. Hä? Ich hüpfte mal. Äh, bin ich das? Du kannst machen, was du willst. Ich seh. Los, mach was, ich sag dir was du willst. Bist du unterm Tisch oder was? Hast du dich unterm Tisch? Unterm Tisch? Zähl ich. Table Dance. Okay, da hinten sehe ich dich. Hey, da machen wir Table Dance. Hm, du kannst durch irgendein... Warte mal, da sind Bilder. Du kannst dich durch den Wolf sehen? Hier, warte. Komm mal hier hin. Komm mal her. Jetzt geh ich hier hin. Ja. Dann musst du ja. Dann musst du dich hier wieder reinlocken. Hier drüben. Warum hat der Wolf böse Augen? Jetzt hier. Oh nein, 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 nein. Da oben, komm mal her. Hier. Achte! Alter! Alter! Wer war denn das jetzt? Wer war das? Ich bin ultra abschaden bekommen, ey. Bis auf Flo. Bis auf Flo. Wo ist der? Ah, Seda, da bist du. Scheiße, jetzt hab ich mir noch ein Bein gebrochen. Du Penner hast mich gekillt. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Ich hab so schlecht geschossen. Die Folge ist wieder frei. Oh, Jungs, Mädels. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Dieser Bulli ist so overpowered, ey. Ja, mach mal her. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was wollt ihr? Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, man.